Herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Ausgabe mit Sinan und Klaus von Herz und Niere. Hey, wir haben einen offiziellen Namen. Ja, wir haben einen Namen. Wir sind ein Ärzte-Podcast. Deswegen Herz und Niere. Herz und Niere. Ja, wie ist das bei dir so intern so angenommen worden? Du hast ja auch so deine Feedback-Runden, bevor du damit an die Öffentlichkeit gehst. Du guckst ja so, wie die Resonanz ist. Ich habe so natürlich auch meinen... Fokusgruppe oder wie heißt das? Ich weiß es gar nicht. Ich würde jetzt mal so sagen, meinen Inner Circle. Ah, okay. So mit vertrauten Leuten, denen ich dann immer erst mal so zeige, hey, was ich gerade so entwickle und so. Und ich hatte es dann einer Freundin gezeigt, sowohl das neue Logo und auch den Namen eben Herz und Niere. Und sie kannte interessanterweise das Sprichwort auf Herz und Nieren prüfen nicht. Wo ich dann dachte, ja Mist, also wenn man das natürlich nicht kennt, dann funktioniert das hier nicht. Sie hatte wirklich dann gedacht, ja, also es klingt jetzt erst mal wie ein Ärzte-Podcast mit Rechtschreibfehler. Ja, wenn man dann nicht weiß, dass Herz die Einheit von Frequenz ist und Niere eine Mikrofonrichtcharakteristik, dann wird es tatsächlich ein bisschen kompliziert. Deswegen sollten wir das vielleicht nochmal erklären, oder was meinst du? Ja, finde ich auch gut. Also ich mache mal den Teil mit dem Sprichwort. Also man sagt, auf Herz und Nieren prüfen ist, wenn man etwas einfach sehr genau untersucht. Das hat auch wirklich gar nichts mit Medizin zu tun, sondern man kann auch sagen, ja, kannst du das Auto mal auf Herz und Nieren prüfen, dann heißt das, wir gucken mal, ob mit dem Auto alles stimmt, ob es kein Öl verliert und so weiter. Und warum Herz und Niere? Das hattest du eigentlich schon gesagt, aber... Ich komme mir so dämlich dabei vor, das jetzt zu erklären, aber gut. Nee, eigentlich impliziert das ja, was wir da jetzt uns rausgesucht haben, dass wir irgendwo doch wieder ein Nerd-Podcast sind. Ich glaube, wir changieren so ein bisschen zwischen, wir wollen halt echt jeden einladen, hier zuzuhören und wollen jeden abholen. Aber wir haben ja auch am Feedback der ersten Folge gemerkt, okay, viele wünschen sich, dass wir trotzdem in die Tiefe gehen. Und ich finde, das schließt sich gar nicht mal unbedingt aus. Also man muss einfach... Nee, man muss die Leute einfach mitnehmen. Genau, man muss einfach den Bogen dann einfach ein bisschen größer aufziehen. Und was mir halt echt total wichtig ist, dass man eben nicht in so Kleinkriegen sich suhlt im Grunde. Also zum Beispiel so klassisches Thema, haben wir gerade noch drüber gesprochen. Du hast einen Windows-Rechner, ich habe einen Apple-Rechner. Aber so, was benutzt man jetzt für Musikproduktion? Ja, ganz klar Windows. Was machst du denn mit Mac? Also bitte, da können wir jetzt mal wohl eine halbe Stunde drüber toffen. Genau, das Schöne ist, du kannst da nicht nur eine halbe Stunde drüber reden. Du kannst da... Dein ganzes Leben kannst du jetzt darüber leidenschaftlich diskutieren. Und ich glaube, viele Podcasts oder viele so Musikproduzenten, Foren und so, ja, die finden das so für sich so als Comfortzone, weil sie wissen, ja, es ist jetzt egal, ob ich mich dabei beteilige, wie stark ich mich da jetzt drin engagiere. Irgendwie verändert das die Welt trotzdem nicht. Und deswegen ist auch egal, was ich sage. Und ich finde, den Gefallen sollten wir uns nicht tun. Ich finde, wir sollten echt noch schauen, dass wir Leute abholen, die mitten im Leben stehen. Oder ich will halt auch, dass wir im Leben stehen und uns auch mit Dingen beschäftigen, ja, die halt, keine Ahnung, einfach so ein bisschen was ausmachen. Was die Leute berührt und wo wir vielleicht auch mal hier und da in Gefahr laufen, mal anzuecken. Deswegen erkläre ich jetzt, was Herz ist auf die Gefahr hin, dass alle, die das schon wissen, jetzt abschalten sozusagen. Du, ich, also ich habe von diesen physikalischen Hintergründen gar nicht mal so viel Ahnung, aber ich weiß zumindest noch, dass man Frequenz in Schwingung pro Sekunde misst. Und die Einheit dafür nennt man einfach Herz und das ist einfach so ein Typ gewesen, der das anscheinend so erfunden hat. Und eine Stimmgabel zum Beispiel, die, wenn man die anschlägt, schwingt die und zwar 440 Mal pro Sekunde und das entspricht dem Kammerton A. Das ist ein schöner A-Ton. Ist das nicht sogar das Tuten beim Telefon auch, wenn man irgendwo anruft? Ja. Da gibt es ja immer diesen Anrufton. Ja gut, manche machen sich da auch irgendwie andere Töne rein, aber. Das war mal irgendwie so. Ja, zum Beispiel Avicii. Und um das zu Ende zu bringen, was hatten wir noch? Niere-Mikrofon-Richtcharakteristik. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema auch und zwar, es gibt ja Trilliarden Mikrofon-Typen. Letztendlich, eigentlich das schönste Klangbild macht eigentlich ein Kugel-Mikrofon, wenn man so will. Und zwar das, was an Schall eben auf dieses Mikrofon auftritt, das wird eins zu eins idealerweise umgewandelt in elektromagnetische Schwingung. Und zwar von allen Richtungen, deswegen Kugelcharakteristik. Genau. Egal, ob es von hinten, von der Seite oder von vorne kommt. Das hat den Vorteil, dass auch der Schall wenig verfremdet wird. Also zum Beispiel, wenn ich eine Publikumsatmosphäre aufnehmen will oder wenn ich halt einfach nur ein Stereopaar in einen Konzertraum stelle und damit eben die gesamte Stimmung aufzeichnen will, dann mache ich das vorzugsweise mit Kugeln. Und wenn ich aber auf der Bühne singe, dann brauche ich ein anderes Mikrofon, denn ich habe keine Lust auf die ganzen Rückkopplungen, die von den Monitorboxen oder von den anderen Instrumenten oder von der PA kommen. Und da bevorzuge ich ein Nierenmikrofon. Und das zeichnet sich dadurch aus, dass es an der Seite Schlitze hat. Und das sorgt dafür, dass der Schall eben von vorne auf die Membran auftritt, aber auch ein Stück weit von hinten durch diese Schlitze hindurch. Und das sorgt dafür, dass Schall, der von der Seite kommt, der also gleichermaßen von oben und von unten auf die Membran drückt, sich auslöscht, weil die Membran sich dann gar nicht bewegt. Ist das nachvollziehbar? Ja, ne? Ich denke schon. Also man schafft es halt, man nutzt sozusagen diese Interferenzen aus, dass sie sich von der anderen Seite, von den seitlichen Einstrahlungen dann eben auslöscht. Im Übrigen... Dadurch verfärbt sich so ein kleines bisschen der Klang, das nimmt man aber in Kauf, einfach dadurch, dass man dann eben einen starken Präsenzbereich hat für den Sänger. Und das ist im Grunde die verbreiteteste Form eines Mikrofons, würde ich sagen. Ja, und dann gibt es ja dann noch so, wenn das weitergetrieben wird, dann gibt es noch so etwas wie Superniere und das ist dann natürlich, irgendwann geht es dann in die richtige, in so ein Richtmikrofon, was dann wirklich nur noch so aus einer Richtung den Schall aufnimmt. Genau, und was ich da ganz spannend finde, ist, das ist ja so ein längliches Mikrofon. Genau. Und wenn man sich das anguckt, sieht man eben, dass es auch an der Seite ganz viele Schlitze gibt. Das heißt... Ja, da ist dieser Effekt einfach wirklich nochmal das Extreme getrieben. Genau, da kann der Schall eben noch viel besser auch von der Seite, die Membran eben von der anderen Seite aus auslenken, sodass eben genau der Schall hauptsächlich nur noch von vorne aufgezeichnet wird. Ganz interessant zu dem Thema noch, ich habe ja gerade so Festivalberichte gemacht. Yo, habe ich gesehen, Nature One, sehr geil. Und auch Panama Open Air und so und ich habe teilweise dort ja auch Zuschauer so interviewt und für diesen Zweck habe ich mir auch im Übrigen ein Interviewer-Mikrofon besorgt mit Kugelcharakteristik. Denn es ist unglaublich schwer, wenn man sich mit jemandem unterhält und es ist so ein spontanes Gespräch. Man muss ja furchtbar schnell das Mikrofon hin und her bewegen. Also ich sage was, der andere sagt was, ich sage was. Und der schlimmste Fall wäre ja, ich habe das Mikrofon gerade an meinem Mund und der andere sagt was. Und mit einer Niere würde ich von dem gar nichts mehr hören. Also Nierencharakteristik, der wäre weg. Ja, vor allem auf so einem Festival, wo es eh sehr laut ist. Eben, da müsste ich sehr genau zielen. Und da habe ich richtig gemerkt, das funktioniert mit einer Nierencharakteristik auf keinen Fall. Es musste Kugel sein, weil bei der Kugel war ich dann definitiv so in der Lage auch das Mikrofon mal so 20 Zentimeter von mir weg. Und wenn ich es so in der Mitte hatte, dann konnte man noch so beide hören. Also das verzeihte einem sehr viel stärker diese, wo der Schall jetzt herkommt. Und es hat einfach die Situation besser aufgefallen. Also gerade auch für so Interviewsituationen brauchte man wirklich diese Kugelcharakteristik. Jetzt warst du ja nicht nur auf Festivals unterwegs, sondern auch auf Facebook und hast da einen Beitrag von Avicii gesehen, stimmt's? Über den wolltest du ein bisschen sprechen. Ja, also ich bin ja so in verschiedenen musikalischen Gruppen und unter anderem wurde dort auch die neue EP von Avicii besprochen. Und ich habe dazu ja auch ein Video gemacht. Also ich habe ein Video gemacht über die neue EP. Und das Video kann man sich ja einfach anschauen, dann kennt man meine Meinung dazu. Es geht auch gar nicht so sehr darum, um die einzelnen Lieder an sich. Sondern ich hatte so in meinem Review gesagt, dass diese Lieder in seiner EP alle zum Teil sehr kurz sind. Also ich glaube, es geht kaum eins über drei Minuten. Und ich habe mir das so angehört und ich kam dann irgendwo zu dem Schluss und habe gesagt, das ist doch irgendwie alles so sehr auf Radio getrimmt. Also bloß nicht zu kurze, zu lange instrumentale Mainparts, schön viel Gesang und die einzelnen Passagen auch nicht zu lang. Und was ich dann ganz spannend fand, war, dass ein Zuschauer dann gefragt hatte, warum wird denn hier radiomäßige Produktion, also für radiozugeschnitte Produktion eigentlich immer so als negativ beurteilt? Das ist eine gute Frage. Ja, und ich habe dazu, also ich hätte dazu eine These, ich habe da auch länger darüber nachgedacht, warum mich und auch andere das immer so sehr stört. Und ja, wenn du willst, würde ich jetzt einfach mal gerade so ein bisschen vortragsmäßig meine Idee dazu sagen. Dann kannst du ja dann danach... Ich kann es nicht erwarten. Okay. Ja, also was man ja häufig hat, nehmen wir jetzt mal so einen Künstler wie Avicii. Der hat früher natürlich, der hat ja nicht sofort im Radio stattgefunden. Der kommt ja irgendwie dann auch aus so einer undergroundigeren Musikszene, hat dann anfänglich natürlich reine Instrumentallieder gemacht und hatte auch im Kopf, vermute ich mal, überhaupt gar keine Grenzen. Der hat einfach so gemacht, worauf er Bock hat, was ihm gefallen hat. Und damit hat er sehr, sehr viele Leute erreicht, berührt mit Liedern. Und dann so der bekannteste war dann noch so Levels. Levels wirklich so fast dreieinhalb Minuten Instrumentallied, in der Mitte so ein bisschen Gesang. Aber ansonsten geht es eigentlich nur um diese Melodie. Davor war noch unter Tim Berg Bromance zum Beispiel auch so ein ganz bekanntes Ding für Leute aus der Szene. Und man hat ja das im Prinzip so gefeiert. Und wenn man dann merkt, wenn man jetzt diese neueste EP hört, dann hat man so das Gefühl, er hat die ganze Zeit im Hinterkopf dieses Radio. Und Radio gibt einem ja in gewisser Maßen so Regeln vor. Nicht direkt, aber indirekt, indem man weiß, was im Radio läuft und was nicht. Und gewisse Sachen spielt Radio einfach nicht. Und das wäre zum Beispiel, ja, Instrumentale laufen so gut wie nicht. Wir reden bei Radio natürlich über das Radio, was tagsüber zwischen, sage ich mal, 8 und 20 Uhr läuft. Dass die nachts irgendwie nochmal was probieren, meinetwegen. Aber das hat ja dann auch kaum noch Relevanz. Also das heißt, du hast so ein paar Regeln im Kopf. Das Lied darf nicht länger als, sagen wir mal, dreieinhalb Minuten sein. Das ist schon so die Grenze. Hauptsache, es muss Gesang drin vorkommen. Es darf auch nicht zu hart sein. Also so irgendwie jetzt einen sehr, sehr elektronischen Dubstep-Mainpart, der wird im Radio nicht laufen. Und man hat so das Gefühl, also ich zumindest, habe so das Gefühl, wenn ich mir eine Avicii-Produktion jetzt die neue anhöre, dass er die ganze Zeit so dieses kleine Radiomännchen im Nacken hatte. Was dann immer so, wenn er irgendwie vielleicht was probiert hat, so direkt hinkommt und tippt ihm so auf die Schulter. Na, 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 das geht nicht im Radio. Das machen wir nicht. Und deswegen hat Radio für mich so einen zensierenden, kastrierenden Charakter. Ich habe so das Gefühl, dass das schränkt so den Künstler in irgendeiner Form einfach ein. Und deswegen hat das für mich einfach auch wirklich, muss ich sagen, einen negativen Einfluss auf die Musik von solchen Künstlern. Ja, zumal Radio ja mittlerweile zu so einem Begleitmedium verkommen ist. Also nichts gegen Radio ist ein tolles Medium an sich. Aber man hört das eben nicht so bewusst, wie wir jetzt Musik bewusst beurteilen. Also wenn wir über Musik reden und so, dann gehen wir ja schon davon aus, dass man sich das anhört und dabei eben nicht noch bügelt oder Auto fährt oder so oder kocht. Und ich glaube, bei Radio ist halt schon wirklich auch die Vorgabe, wir wollen halt keine Hörer vergraulen. Wir wollen halt, dass die Hörer sich einfach wohlfühlen mit der Musik, die läuft und deswegen halt auch nicht länger als drei Minuten. Weil falls das Lied irgendjemandem doch nicht gefallen sollte, dann weiß der wenigstens, aha, lohnt sich nicht umzuschalten, weil vielleicht kommt ja in drei Minuten ein anderes Lied, was mir besser gefällt. Was ich ja so lustig finde, ist, dass ja eigentlich diese drei Minuten Länge noch von den Vinyls kommt, von den EPs, von den Singles, wo gar nicht mehr drauf gepasst hat. Die man noch auf dem Schallplattenspieler mit 45 abgespielt hat oder so. Und da war dann einfach nicht mehr Platz als für irgendwie drei Minuten. Das ist witzig, das wusste ich gar nicht. Ja, und das hat sich einfach so gehalten und ich denke mal, heute ist halt eher die Idee dahinter, dass man sofort eben auch woanders dann in den nächsten Song kann, der dann wieder andere Leute anspricht. Ehrlich gesagt, es gibt doch nichts Nervigeres im Radio als dieser Spruch, der beste Mix aus. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Mixes. Also auch bei Spotify gibt es ja auch diesen Terminus, dein Mix der Woche und so. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber geredet, über unsere Spotify-Nutzungs-Praktiken. Wobei es ja da schon besser geregelt ist eigentlich. Also du hast ja deinen Mix der Woche, ja, der ist gemixt, aber im Grunde, da gibt es ja noch so deine Mixtapes. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so und die sind ja schon wieder ganz klar, also da versucht der Spotify-Algorithmus das ja in so verschiedene Moods zu packen. Ich habe so einen Mixtape, da packt der mir eigentlich immer Hip-Hop rein. Bei dem anderen, also ich habe schon das Gefühl, bei Spotify sind schon von denen, die jetzt sich diese Software ausdenken, die diese Algorithmen schreiben, die denken schon ein bisschen musikalischer. Weil es ja wirklich anders ist. Also es ist ja dieses On-Demand, ich klicke das an und ich entscheide sozusagen, was ich jetzt so bekomme. Also es ist ja so eine Mischung bei diesem Mixtape. So auf der einen Seite On-Demand, ich entscheide, dass ich das jetzt hören will. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass da so ein intelligenter Algorithmus da mir was zusammengestellt hat, was dann eben auch funktioniert. Aber ja, im Radio ist halt schwierig. Da versuchst du dann, das hast du ja schon gesagt, da muss ja irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner für alle Hörer geschaffen werden. Und ich sage mal, das ist für jemanden, der jetzt diesen Track analysiert, halt überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Wenn er dann sagt, ah, der Song, der ist so radiotauglich, dass er sich total gut hinter jeden anderen Song fügt und auch, wo danach alles andere kommen kann, der möglichst unauffällig in so einer Rotation Platz findet, das schätzt man eben dann nicht, wenn man den Song für sich bewertet. Aber Radio ist echt ein spannendes Thema, wie sich das so gewandelt hat. Das würde mich schon immer interessieren, was die Hörer so dazu sagen, wie ihr, ich rede mal direkt zu den Hörern, wie ihr so Radio hört oder ob ihr auch diese Spotify Mixtapes gerne hört. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch da Überschneidungen. Ich weiß jetzt nicht, wie persönlich so ein Mixtape ist, wenn ich jetzt das mal mit meinem Kollegen abgleichen würde, ob da das Gleiche drin vorkommt oder ob das tatsächlich total meiner Persönlichkeit entspricht, wie so ein Fingerabdruck vielleicht sogar. Ja, also ich hätte die Vermutung, dass das schon sehr, sehr personalisiert ist. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich denke mir zwar auch immer, ich habe ja jetzt nicht immer Bock auf die gleiche Musik. Das ist vielleicht tageszeitabhängig oder wochentagsabhängig, was ich halt gerade so davor oder danach gemacht habe. Versetzt mich natürlich in eine völlig andere Stimmung, sodass ich halt auch Lieder, die ich sonst toll finde, halt mal nicht hören möchte oder so. Ich weiß nicht, wie gut das berücksichtigt wird, aber ansonsten glaube ich halt auch, dass es ziemlich gut ist. Ja, was ich noch zum Radio, Moment, ich wollte da gerade noch irgendwas sagen. Ach ja, genau. Mich hat das so ein bisschen erinnert, was du eben gesagt hast. Auch jetzt an den, also du meintest ja, man muss ja irgendwie alle da so, sag ich mir, ein Stück weit befriedigen, die das gerade hören. So von allem ein bisschen und bloß nicht von irgendwas zu viel und auch nicht zu lang. Und das hat mich so ein bisschen erinnert an den DJ, der jetzt irgendwie auf einer Party auflegt und ständig auch so damit zu kämpfen hat, dass er hat so das Gefühl, ich muss es hier allen recht machen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man damit anfängt, dann hat man eigentlich schon verloren. Weil wenn du es allen recht machen willst, machst du es keinem so richtig recht, ne? Also dann hast du so, dann spielst du halt nämlich kurz mal das Lied aus dem Genre, dann das Lied aus dem Genre und dann hast du eine unheimlich große Fluktuation auf dem Dancefloor. Das heißt, die einen stürmen hin, hey, das ist mein Lied, das finde ich voll cool. Beim nächsten Lied, ach nee, das hasse ich. Dann die einen raus, die anderen wieder drauf. Und im Grunde hast du so, wen hast du damit glücklich gestellt? So dem, dem die Musik eigentlich völlig egal ist. Und jedem, dem Musik viel bedeutet, den erreichst du damit eigentlich nicht. Also da bin ich dann wieder bei der Frage, ja, muss man denn immer versuchen, das allen recht zu machen? Oder macht man nicht mal vielleicht, ja, fordert die Leute auch mal oder setzt ihnen was hin und sagt, kommt mal drauf klar? Ja, also gerade bei dem Witschi-Song, Without You heißt der, ne? Ja, der wäre jetzt speziell. Da wäre echt noch meine Hoffnung, dass da nochmal eine Extended Version irgendwie rauskommt, weil wir hatten jetzt beide genau den gleichen instrumentalen Main Part hier benannt, der irgendwie total halbherzig ist, ne? Weil man so denkt, okay, da könnte vielleicht Potenzial hinterstecken, aber bevor sich das in irgendeiner Form entfaltet, fängt sofort wieder der Gesang an. Das klingt für mich auch überhaupt nicht stimmig, sodass ich echt den Eindruck habe, eigentlich käme da jetzt noch eine, weiß ich nicht, eine halbe Minute instrumentaler Main Part, wo vielleicht irgendwo noch bei Avicii auf der Festplatte so eine Version schlummert. Ja, witzigerweise, es hatten ein paar dann unter das Video auch geschrieben, dass er den Song wohl schon vor einem Jahr irgendwie mal auf einem Konzert oder bei einem Gig gespielt hat und es gibt wohl Live-Mitschnitte davon und da ist der Song auch länger. Also es muss den, also das ist eine kastrierte Version. Ja, das klingt auch so. Ja, also da ist jetzt ja die Frage, ob es diese vorherige Version, ob es die noch gibt oder ob die jetzt gänzlich kastriert wurde und gesagt wurde, nee, komm, wir wollen jetzt eigentlich nur noch hier so drei Minuten Streaming-Radio-Versionen machen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da muss man tatsächlich differenzieren. Darauf zielt ja deine Kritik auch ab, weil ich glaube, wenn du jetzt einen dreiminütigen Song hast, der total radiotauglich ist, der aber trotzdem musikalisch superstimmig ist, hättest du ja auch nichts dagegen auszusetzen. Das geht jetzt eigentlich nur darum, glaube ich, dass hier diese musikalische Entwicklung oder das, wo du ja meinst, was typisch Avicii ist, dass so eine instrumentale, melodische Idee sich über einen gewissen Zeitraum entfaltet, dass das halt einfach nicht da ist. Ja, ja, klar. Natürlich, ich gebe dir recht, wenn du jetzt von vornherein einfach sagst, ich mache einen stimmigen Radiosong oder ich mache einen dreiminütigen Popsong und der versucht auch gar nicht. Es ist natürlich dieses, was daraus, was aus einem gedachten Original. Also ich habe so das Gefühl, man hört den Song und man hat so eine Idee davon, was der mal war und wohin er beschnitten wurde. Das ist das, was mich stört. Genau. Und weil diese Kastration wirklich so mit dieser Passform des Radios irgendwie durchgezogen wurde. Die kollidiert einfach, ja. Ja. Und deswegen, klar, also einfach nur eine pauschale Kritik jetzt am Radio an sich ist es vermutlich nicht, sondern wirklich dieses Phänomen, was es im Übrigen auch in anderen Genren gibt. Also ich habe mir das auch von einer Freundin erzählen lassen, die mal wohl, ich weiß es gar nicht, ich sage es jetzt einfach mal, das können mich dann vielleicht die Zuschauer korrigieren. Kann das sein, jetzt gerade war ja Linking Park, war doch Linking Park, oder? Der Sänger, der sich... Ja, ja, ja. Ja. Und sie meinte wohl auch, dass die so mit steigendem Erfolg auch immer softer wurden. Also ich hoffe, dass ich jetzt das Richtige sage. Also dass sie dann auch nachher sagte, da wo die im Prinzip dann wirklich so richtig radiotauglich wurden, waren die für sie gar nicht mehr interessant. Ja, diese Entwicklung machen ja echt fast alle Bands durch. Zumindest gibt es da unzählige Beispiele dafür. Ist nicht hier Dimmu Borgir auch so eine Neoklassizismus-Metal-Band, die sich das auch immer anhören muss, dass sie so zu poppig werden und so? Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, kenn ich nicht. Aber da wäre jetzt auch wieder meine Frage, ist denn, ja, ist das irgendwie jetzt auch dieses, ist das dasselbe, oh, jetzt werde ich angerufen. Ja. Ähm, ich lasse es einfach mal klingeln. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Ja, das ist jetzt hier wichtiger. Ja, das ist jetzt wichtiger. Vor allem, weil wir das aufzeichnen, ist es jetzt... Ja, ist egal, da muss man mal... Prioritäten setzen. Auf diesem Telefonanruf, das kennen eigentlich kaum welche, diese Nummer. Ja, ganz ehrlich, wer sollte dich anrufen wollen? Echt? So, er hat es aufgegeben. Wir können weiterreden. Ich habe ein Telefon? Ist das bei, ähm, bei diesem, ähm, was du jetzt gerade genannt hast, ist das denn eine Entwicklung, würdest du sagen, so, das möchte die Band auch, sie möchte irgendwann so poppiger werden? Oder ist das schon so wieder dieses, komm Leute, wir machen es ein bisschen softer, wir machen es ein bisschen poppiger, dann kommen wir auch in die Radios, wir werden bekannter? Ja, genau das. Und, ähm, hin und wieder bei vielen Bands, ähm, wirkt das tatsächlich wie ein Fremdkörper. Und da kann ich dann die Fans halt auch verstehen, die, die dann einfach, ähm, traurig sind, dass, dass sie ja die Band quasi mit groß gemacht haben und dann aber selber dafür gesorgt haben, dass es nicht mehr deren Band ist, ne, oder die Band ist, die sie halt abgefeiert hatten. Ist ein Teufelskreis, ne? Also in gewisser Weise, du feierst einen, du supportest den ohne Gnade, ähm, dann schafft man es irgendwann, der wird richtig groß, der, 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 der Act. Und was passiert? Musikalisch werden sie angepasster. Ja, oder man muss sich den Künstler jetzt auf einmal teilen mit ganz, ganz vielen Leuten, die man eigentlich blöd findet. Ähm, Analogie wäre auch, äh, irgendein schöner Tourismusort, da wir gerade über Dimo Borgir geredet haben, das ist, glaube ich, so ein Ort in, auf Island. Äh, Island ist eine geile Insel, ähm, kann man mal als Tourist hinfahren und alle, die da hingefahren sind, sagen, boah, das ist alles so schön unberührt, fahr da auch mal hin. Und dann, dann werden jetzt schon, werden jetzt schon Sperren, äh, ausgehängt, dass nur noch eine Million oder so pro Saison da hin dürfen. Und ich glaube, das wird dann jetzt auch, ähm, nach oben immer, äh, hochgesetzt. Die Straßen werden weiter ausgebaut, ja, und, äh, mittlerweile ist das ein Massentourismusort. Und jeder, der da hinfährt, sagt jetzt auf einmal, ähm, ja, du musst dann aber schon um sieben Uhr morgens da hin, weil ab acht Uhr kommen die Busse. Ja, und dann irgendwann bist du soweit, dann sagt man sich, ja, weißt du was, kannst du dir sparen. Genau, ja, ich hoffe, ja. Äh, und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Vergleich. Ähm, ich hätte, ich hätte, wenn wir das Thema soweit durch, dann hätte ich eine interessante Überleitung. Ja. Und zwar, ähm, es ist ja jetzt so, dass, dass so, so Künstler, die machen das irgendwie ja viele, die dann erfolgreicher werden und, ähm, sehr viele Leute erreichen. Und auf einmal werden sie angepasster und, äh, auf irgendeine Weise muss ja auch so ein Künstler gucken, dass er Geld verdient. Oh ja. Das ist, das ist, das ist so, das ist so doof, aber, aber er muss es. Sonst, äh, ich meine, es ist so eine romantische Vorstellung, dass man einfach denkt, hey, so eine Band, die war jetzt voll real und authentisch und, äh, die macht so, einfach so deren Musik, was sie leben und was ihr Ding ist. Und, ähm, dann werden die aber erfolgreicher und irgendwann merkt man dann so, ja, ähm, die Welt funktioniert aber so nicht und wir können von denen, äh, weiß ich nicht, T-Shirt verkäufen und denen ein paar echten Fans, die hier die MP3s oder die CDs, falls es CDs gibt, noch kaufen, von denen, das reicht aber nicht. Davon können wir nicht existieren. Mhm. Und, ähm, dann müssen natürlich auch solche Künstler schauen, dass sie, ja, irgendwo Werbung machen, ne? Ja, also, dass sie anderweitig Einnahmen generieren. Und, ähm, da hatte ich jetzt einen ganz interessanten Post gesehen und zwar, äh, viele meiner Zuschauer, Zuhörer werden den wahrscheinlich kennen, Paul Van Dyck, ähm, ein sehr bekannter, schon ziemlich lange dabei, ein DJ, der hat jetzt auf seiner Facebook-Seite so einen, so einen Post gehabt, äh, wo er einfach sagt, hier, ich hab den neuen Kia, dieses Auto, die, der Hersteller ist hier gar nicht so, bekannt, Kia, ich hab den neuen Kia so und so gefahren, äh, der klingt super toll, ähm, fährt sich richtig gut und, ähm, in irgendeinem neuen Magazin gibt es eine tolle Fotostrecke mit dem Auto und mir und wenn ihr mich sehen wollt, dann kommt ihr zu IAA. Also, man hat diesen, diesen Werbetext gelesen und es war so ziemlich eindeutig, den hat Paul Van Dyck jetzt nicht auf seinem Facebook-Account so selber geschrieben, der kam jetzt nicht irgendwie von Herzen, äh, weil er, weiß ich nicht, äh, den Kia-Manager so cool findet und das Auto so toll findet, sondern da ist natürlich ein Deal abgeschlossen worden. Da wurde dann gesagt, hier, wir machen eine Werbekampagne, wir machen eine Fotostrecke, du kommst in ein Magazin und du postest das bei Facebook und dafür wandert Betrag X auf dein Konto. So, und ich hab dann gesehen, dass von vielen dann so eine Diskussion oder die Reaktion darauf so war, hä, äh, ja, was ist das denn, total unauthentische Werbung, ähm, ähm, ja, also vor allem auch so, so plakativ, ne, also so, das wurde ihm vorgeworfen, dass er da jetzt irgendwie, äh, für so einen komischen asiatischen Autohersteller Werbung macht. Und ich hab mir dann so gedacht, ja, aber die Realität sieht ja nun mal so aus, dass du, äh, sowas irgendwo machen musst. Also, du musst ja irgendwie Geld verdienen, weil es reicht halt eben nicht, nur der romantische, tolle Künstler zu sein, der total echt und authentisch ist. Du musst natürlich auch gucken, dass du irgendwie dein Leben finanziert bekommst. Und gerade bei so einer Sache wie Paul van Dijk, da kann man ganz klar davon ausgehen, das ist auch kein Eins, also da steht zwar ein Name, aber das ist natürlich eine Firma. Da stecken, ähm, da stecken wahrscheinlich ein 20, ich sag jetzt einfach mal, 20-köpfiges Team dahinter, die das alles, die für jeden Kram ist ja irgendwer, ist da eingestellt. Und die müssen alle irgendwie, ähm, bezahlt werden. Und das, das muss man sich dann halt auch wirklich mal, ähm, ja, verinnerlichen, dass das System so ist, dass wir, äh, dass so ein Künstler allein von seiner Kunst vermutlich einfach nicht leben kann. Ich glaube, das wissen viele nicht oder das, äh, glauben viele nicht, ne, ähm, weil das ein berühmter DJ ist und man davon ausgeht, ähm, das müsste eigentlich reichen, dass der von seinen Konzerten und so und seinen großen Festivals und so und natürlich seinen Millionen aufrufen auf den Streamingportalen und so genug Kohle scheffelt. Ja, da ist natürlich auch sonst wieder der Punkt, ähm, ich, ich, ich verstehe ja auch die Leute, die dann so sagen, ähm, was heißt genug, ne? Also ich kenne jetzt auch seinen, seine, seinen Gehaltscheck nicht, ähm, aber, ne, also da können wir jetzt ja sagen, jetzt hat er den Kia-Deal gemacht, äh, hat er jetzt genug zum Leben oder ist er jetzt schon sozusagen 50-fach da drüber hinaus? Aber das finde ich immer schwierig zu beurteilen, ne, weil, ähm, ja, weiß ich nicht, was ist genug? Keine Ahnung. Ich glaube auch, Künstler sind ja auch nicht immer gleichzeitig gute Geschäftsleute. Das finde ich halt, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen sollte, wahrscheinlich eher nicht, aber ich hab mal so eine krasse Story über YMCA, äh, über die Village People gelesen, die zum Großteil überhaupt nichts an diesem Song verdient haben. Ah, okay. Ähm, ähm, oder, ähm, vielleicht nur einer von denen, ich weiß nicht mehr so 100 Prozent, vielleicht kann ich das nochmal, äh, raussuchen und hier irgendwie in die Shownotes oder so verlinken, aber das fand ich spannend, ähm, dass, ähm, da halt auch viel Abzocke betrieben wird, dass natürlich so ein, so ein Label wahnsinnig viel erstmal da mitverdient und so eine Maschinerie einfach noch dazwischen geklemmt ist und der Künstler vielleicht noch nicht mal so viel abkriegt. Ähm, aber andererseits, es gibt sicherlich auch Künstler, die selber gute Geschäftsleute sind und die sich da halt, äh, wesentlich besser vermarkten. Da gibt's wahrscheinlich solches und solches. Aber was ich halt, ähm, was mir dazu einfällt, ist halt immer so, ähm, ähm, dieses Phänomen, dass man sich bei Fußballern, die jetzt Werbung für die Müllermilch machen oder so, sich überhaupt nicht so echauffiert, wo man ja auch denkt, ähm, da werden exorbitante Transfersummen bezahlt und keine Ahnung, was die so kriegen, äh, und, äh, trotzdem machen die Werbung, ähm, ähm, äh, sollten die sich nicht auch einfach nur aufs Fußballspiel konzentrieren? Ja, also, äh, was wir, worauf du wahrscheinlich so ein bisschen hinausgehst, ist, ähm, man bewertet die irgendwie unterschiedlich. Also der Fußballer, der sowieso schon vermutlich ein Millionengehalt bekommt und, äh, macht dann noch Werbung für Müllermilch oder so, und dann ist das halt irgendwie ganz lustig und so. Aber der, der Künstler, der natürlich davon lebt oder davon gelebt hat, dass er eben authentisch ist, dass man, ähm, ja, dass er irgendwie einen emotional berührt hat mit dem, was er macht, wenn der auf einmal, äh, auch auf diesen, diesen reinen Werbezug aufspringt, dann, dann nimmt man ihm irgendwie krumm. Also, ja, also der, der Unterschied ist ganz klar, dass ein Künstler eben nicht so eine objektive Leistung erbringt, sondern er berührt den Zuhörer und, ähm, der Zuhörer identifiziert sich so mit dem Lifestyle viel stärker, ne? Der, der Fußballer, egal, ob der jetzt eine Grätsche macht, ob der ein Tor schießt oder Hauptsache der, oder ob der einfach nur aufs Feld spuckt, ähm, Hauptsache der unterhält mich vielleicht so, Hauptsache ich kann das irgendwie bewundern, äh, dass der halt, äh, 200 Prozent gibt oder so. Ähm, ähm, beim, beim Künstler geht's halt drum, so, da kommst du jetzt nicht drauf an, wie viele Noten pro Sekunde der spielt oder was für Skills der mit seinen Turntables da abzieht, sondern da geht's halt echt so drum, äh, so, was wird in mir selbst getriggert, dadurch hab ich ein wahnsinnig persönliches Verhältnis, ähm, dann bin ich vielleicht Fan und orientier mich tatsächlich, oder, also, er spielt wirklich so in meinem Leben, ich lass den so ein bisschen in meinem Leben und auch mich beeinflussen, so, was meinen Charakter angeht, so, und der macht auf einmal Werbung für Kia und Kia hat in meinem Leben bisher noch gar nicht so stattgefunden, dann, ähm, kommt bei mir so das Gefühl hoch, der missbraucht diesen Kanal, diesen ganz persönlichen Zugang zu mir, um mir da Werbebotschaften einzuflößen. Ja, ja, doch, das verstehe ich, ja, also, ähm, irgendwie man, vielleicht hat man da doch mehr, also, bei einem Künstler, der einen eben auf diesen Ebenen berührt, hat, dass man irgendwie instinktiv doch mehr so dieses, hey, irgendwie ist der so ein Seelenverwandter, es ist so ein Vertrauter und das hat man vielleicht bei einem Sportler eher nicht, ähm, den man nur irgendwie aus so kurzen Interviews eben kennt und seine Leistung eben einfach nur so da sieht, so, das ist vielleicht so stärker voneinander getrennt, dann macht der halt irgendwie Werbung für, für, ähm, ein Milchprodukt, aber, ja, keine Ahnung, ist mir auch egal, aber wenn halt, ne, äh, so ein Paul van Dijk, der vielleicht irgendwie in meinem Leben für richtig krasse Magic Moments gesorgt hat, mir dann auf einmal ein Kier verkaufen will, dann fühlt man sich so, ja, ein Stück weit betrogen. Ja. Aber das, da muss man den Leuten aber auch dann vielleicht auch erklären, ähm, äh, ja, von Spotify Streams alleine lebt sich schwer, ne? Ja, das stimmt. Und, ähm, ich hab irgendwann mal einen ganz interessanten Artikel über Philipp Lahm gelesen, der offensichtlich einer von ganz wenigen Fußballern ist, der relativ geschickt mit seinen Finanzen umgegangen ist, sodass er nach seiner Karriere jetzt nicht mehr abhängig vom Verein sein wird. Ah, okay. Weil der, weil der FC Bayern, der hatte schon irgendwie drauf spekuliert, ihn da irgendwo zu installieren, auf irgendeine, weiß ich nicht, Manager hast du nicht gesehen, ne? Auf irgendeinem Posten halt. Und, ähm, weil der aber irgendwie mit Immobilien oder wahrscheinlich dann halt über, auch über die Werbedeals, die er hatte, einfach vorgesorgt hat, weil das darfst du ja nicht vergessen, du bist Mitte 30 oder so und deine Karriere ist vorbei und dann muss dein Geld auch komplett reichen für den Rest des Lebens, ne? Ist es ihm offensichtlich gelungen... Hashtag Boris Becker. Ist unfassbar, ne? Ja, da hat es anscheinend nicht gereicht, ja. Ja, genau. Und offensichtlich hat er das halbwegs hingekriegt und sehr, also so ein bisschen auch zur Irritation des Vereins, ne? Also irgendwie, glaube ich, will so ein Verein dann seine Kinder auch gerne bei sich behalten, glaube ich. Ja, also dann ist natürlich, ja, das ist dann relativ clever, wenn dann einer das halt hinkriegt, ne? Ja, ja. Ich hatte da auch mal so... Selbstverständlich. Kennst du noch Tic-Tac-Toe? Klar. Ich finde dich scheiße. Genau. Da hatte ich auch mal dann einen Bericht drüber gesehen und die sind ja alle mittlerweile, also, ja, Pleite weiß ich jetzt nicht, aber, also die eine hat dann irgendwie, glaube ich, am Kölner Zoo am Empfang gearbeitet und ich fand es ganz interessant, weil, wie lang war deren Karriere? Ich würde sagen, zwei, drei Jahre? Dann gab es ja diesen Riesen-Eklat, so bei der Pressekonferenz mit Ricky. Hey, Mr. Wichtig, ich mach da was nicht. Also so zwei bis drei Songs kriege ich vielleicht noch. Verpiss dich gibt es, glaube ich, auch noch. Wie lange, wie viele Jahre waren die denn so aktiv? Nicht lang. Zwei Jahre? Vielleicht, ja, keine Ahnung. Also, es kommt mir sehr kurz vor, aber, also ich sag mal, in den zwei, drei Jahren haben sie vielleicht auch einfach fleißig gearbeitet. Kann auch sein. Und ich hab halt dann irgendwann, gab es so eine Reportage darüber und da hat dann wirklich einer gesagt, er hat man alles so durchgeschaut und zusammengerechnet und er kann, er sagt so grob, hat jede von denen eine Million verdient. Und im Grunde hat keine mehr was davon. Und da denke ich mir auch immer, das ist jetzt so das Beispiel für eben auch Hashtag Boris Becker. Nicht so clever. Also, man, ne, also da hat man es schon geschafft irgendwie. Also für jeden, den es jetzt vielleicht wundert, ich hab noch keine Millionen verdient. Ich bin einfach auch anscheinend nicht so clever. Ich schaff noch nicht mal die Werbedeals. Äh, aber, ne, nur weil man das, die Kohle auch verdient hat, heißt ja noch lange nicht, dass man es geschafft hat, damit langfristig was auf die Beine zu stellen, ne. Das ist halt auch nochmal die, die Kunst dahinter. Ähm, ja. Also man, ich finde, ich hätte auf jeden Fall so ein bisschen, um das auch mal jetzt so, so abzuschließen, ähm, ich hab so diesen Paul von Dück, äh, Post gesehen und ich dachte so, ach komm, Leute, der kriegt da jetzt seine Kohle für, ist doch gut, dann kann er wieder was Musik machen und, ähm, mir auch eigentlich völlig egal, was für ein Autohersteller da ist. Mir ist es auch völlig egal, was der für ein Auto fährt und ob der das wirklich gut findet oder nicht. Ich glaube auch, wenn das jetzt nochmal irgendwann in ein paar Monaten auf Facebook mit irgendeiner anderen Firma passiert, dann beschwert sich wahrscheinlich schon keiner, weil das jetzt gelernt ist und, äh, solange das deutlich kenntlich gemacht wird, äh, ist das, glaube ich, auch in Ordnung, ne. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich finde auch, ähm, weil es stand wirklich so, es war Kia dabei, es ist, man hat das gelesen und es war ja wirklich jetzt nicht so ein, so ein persönlicher Text. Ja, ja, genau. Also ein Stück weit schon natürlich, also ein bisschen, da stand dann so, ich war, also schon in der Ich-Form, sondern nicht, man hätte ja noch sozusagen noch unpersönlicher schreiben können, Paul von Dück war, so und so. in der dritten Person irgendwie. Ne, dann wäre es nochmal, aber ich fand, es war schon sehr, sehr erkenntliche, äh, also zu erkennende Werbung und, ähm, da finde ich nämlich, so, so diese, diese subtile Werbung, dieses Product Placement oder dieses, was gar nicht so als Werbung gekennzeichnet ist, viel, viel dramatischer. Ja, das stimmt. Wir hatten ja letztes Mal noch über, ähm, Menschen leben, tanzen, Welt gesprochen, von Jan Böhmermann, wo er auch nochmal, äh, das thematisiert hat, dass viel Product Placement in, äh, in Musikvideos stattfindet, was mir tatsächlich auch überhaupt nicht so klar war, aber das dann halt extra irgendein bestimmter Mercedes gezeigt wird oder so und dadurch eben auch nochmal, ähm, ja, Kohle gemacht wird. Ja, und, und das finde ich dann teilweise, ähm, wesentlich problematischer, weil, äh, da ja wirklich was so, ähm, unterbewusst stattfindet. Ja. Der, derjenige, der den Böhmermann, äh, nicht den Böhmermann, äh, den anderen Künstler dann eben toll findet, der kriegt ja nicht eben so ganz plakativ gesagt, der Mercedes ist ein tolles Auto, die haben mir Geld gegeben, sondern, der, der Mercedes findet da so statt und man hat so das Gefühl, der muss so zu einem gewissen Lifestyle dazugehören. Ja. Und, ähm, deswegen ist ja auch für mich immer ganz wichtig, äh, dass ich, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Produktreviews mache oder so, ich meine, das ist sowieso geregelt von den Medienanstalten, wie man das zu tun hat, ähm, aber, dass ich auch immer meinen, meinen, äh, Zuschauern auch immer sage, wenn ich jetzt da so ein DJ-Controller vor mir stehen habe für 2000 Euro oder so, dass ich den erkläre, den habe ich nicht gekauft. Ich musste den nicht kaufen. Die Hersteller haben mir den hier hingestellt und Punkt zwei, die Hersteller machen das nicht aus Nächstenliebe. Ja. Ne, die sind natürlich, äh, die wollen, dass, dass ich das Produkt hier habe, dass ihr das seht, ähm, und ich zeige euch gerne das Produkt, aber es ist ganz, ganz wichtig, äh, ich möchte euch nicht das Gefühl vermitteln, ihr braucht so einen DJ-Controller, sonst seid ihr nicht cool oder sonst seid ihr nicht, ähm, keine guten DJs oder was weiß ich, ähm, ich bin ja in der Sondersituation, dass mir die Hersteller das einfach da hinstellen und, das möchte ich aber auch so offen, äh, kommunizieren, ne, dass da nicht irgendwie so ein, so ein, ähm, ich möchte auch so gern so sein und, äh, ich brauche auch diesen Controller und ich, äh, hol mir jetzt einen Kredit oder, oder ich spare mich tot für irgendwas, ne, das, das ist halt, das, das finde ich ganz schlimm, wenn da sowas dann so subtil rüberkommt, ja. Wahrscheinlich kriege ich jetzt nie wieder irgendein Produkt von irgendeinem Hersteller. Ja, man muss das Ganze entspannt, glaube ich, sehen, also sowohl von der Consumer-Seite, dass man sagt, ja, ähm, ähm, so ist halt die Welt und dann aber auch als Macher, dass man dann eben auch keine Angst haben muss, dass die Fans direkt auf die Barrikaden gehen, sobald man mal irgendwie Werbung macht, sondern dass man auch darauf vertrauen kann, solange ich irgendwie sage, ja, ja, hier, das ist mir kostenlos gestellt worden oder ich kriege da halt irgendwie Kohle für, dass ich das und das bewerbe, ähm, dass die Leute das auch akzeptieren und dann muss man auch keine große Sache draus machen. Ne, also mir ist einfach wichtig, dass sowas einfach immer, also ich bin eh einfach ein Fan von, äh, ganz, ganz ehrlicher Kommunikation. Ich finde so ganz viele, das habe ich auch in der, in der ganzen Branche immer schon gemerkt, viele sind immer so, ja, nee, das kannst du nicht sagen und sag das nicht. Äh, im Übrigen ganz, ganz interessanter Punkt, äh, will ich nur ganz kurz am Rande noch sagen, ähm, ich habe letztens einen DJ-Mix, also was ich selbst gemixt habe, hier bei YouTube auch, äh, hochgeladen und man sieht in dem Video, dass ich den Sync-Button benutze, das ist für, bei DJs so, dass die Lieder, ja, das kannst du doch nicht bringen. Ja, ja, und ich bin halt natürlich so, wenn ich den benutze, ähm, dann sage ich das auch, ne, und, äh, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, ob man den benutzt, wie man den benutzt, ich bin ganz großer Fan vom Sync-Button, ganz klar und dann hat mir tatsächlich, äh, ein anderer Künstler dann geschrieben, bei Facebook meint so, hey, Sinan, ähm, finde ja deine ganze Sache, die du machst so cool, aber ganz ehrlich, zeig im Video nicht, dass du den Sync-Button benutzt, äh, auch wenn wir das alle machen, so, und da dachte ich mir dann so, boah, krass, also, ähm, was da so, ja, also, es ist einfach nicht meine Philosophie, wenn ich was bemache, dann, dann sage ich das, also, dann stehe ich dazu, also, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ja, fand das irgendwie erschreckend. Dass das so ein Problem ist, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das haben auch direkt dann, also direkt einer haben auch bei mir unter dem YouTube-Video geschrieben, äh, wer Sync-Button benutzt, ist kein echter DJ, also, ne, also, das sind natürlich auch nur so, äh, auswendig gelernte Meinungen, ne, also, die, also, ich denke nicht, dass das irgendeiner ist, der selber der größte Vinyl-Junkie ist, der da irgendwie, weiß nicht, seit 20 Jahren die Plattenteller dreht, sondern ich glaube, das ist so, das hat der von einem anderen Künstler adaptiert oder von irgendeiner Meinung, hat sich so für den Ruhm gesprochen und dann behauptet der das einfach mal. Ja, mir tut das natürlich leid für diejenigen, die das, ähm, die den nicht benutzen und deren Skills dann nicht mehr so wertgeschätzt werden, weil das jetzt halt auf einmal ganz viele können, mithilfe von so einem Tool, weißt du? Ja, ja. Das ist so, vielleicht, vielleicht kann man das vergleichen mit Autotune, irgendwie, ähm, jeder kann mittlerweile singen, äh, weil man einfach mit Autotune die Töne gerade rücken kann und die Sänger, die das eigentlich auch ohne können, ja, die, die stechen gar nicht mehr hervor, das ist natürlich schade, aber leider, in Anführungszeichen, wiegt halt das musikalische Endergebnis viel, viel schwerer und das rechtfertigt, äh, die Mittel dann in der Hinsicht. Ja, also, ich frage mich halt auch am Ende, ähm, ich könnte den, also vor allem natürlich beim Digitalmixen ist jetzt mit dem Sync-Button das nochmal eine andere Problematik, dass, äh, in dem Moment, wo ich nicht rein analog mixe mit Vinyl, das heißt, also ich hab wirklich da ein Laptop oder ein System, was mir die BPM anzeigt, ähm, ob ich jetzt den Pitch-Regler selbst auf die richtige Geschwindigkeit regle oder einfach auf den Knopf drücke, Sync, und der das macht, das ist ja gar kein Unterschied. Also, wer das nicht verstanden hat, dem kann ich auch nicht helfen, also, ähm, der Sync-Button, der macht ja einfach nur, also, da müsste ich schon das Display abkleben, sodass ich gar nicht sehe, wie schnell der Song ist und dann manuell Beatmatching betreibe. Aber, wie gesagt, wenn du, wenn du kein, äh, wenn du das System, wenn das da ist, dann musst du es benutzen. Also, es ist so ein bisschen, äh, ja, du kannst jetzt, wenn du, wir haben das mal, ich hab mit einem Freundeskreis auch mal darüber geredet und die meinten halt so, das ist so ein bisschen wie, ähm, Autofahren. Äh, wenn du jetzt ein modernes Auto hast, was Traktionskontrolle und ABS hat, ähm, also, dass du einfach beschleunigen kannst, ohne dass die Reifen durchdrehen und bremsen kannst, ohne dass sie blockieren, ne, und du dann einfach sagst, ne, ich bin voll der Skiller, ich schalte beides aus, ähm, ich fahre dann zwar schlechtere Rundenzeiten und bin auch unsicherer unterwegs, aber, äh, ich bin halt voll der Skiller. So, das macht halt in einem modernen Auto dann leider keinen Sinn. Ja, trotzdem, äh, halten sich ja die Schaltwagen noch ganz beständig, ne, also, da könnte man auch sagen, eigentlich müssten alle Automatik fahren, aber offensichtlich bilden sich da viele was drauf ein, äh, auf das Fahrverhalten, äh, ja, man kann dann halt sportlicher die Gänge ausfahren und sowas, ne, das kann man selber machen. Ja gut, aber das ist unbestritten, ist, äh, ein Automatikauto mit einem guten Automatikgetriebe einfach schneller, Punkt. Ja, genau. Da gibt's nichts, die schalten schneller, da kannst du, so schnell schaltest du mit Hand einfach nie. Ja, das ist richtig, aber ich, ähm, ich find's trotzdem spannend, dass diese Haarschaltung, äh, sich da ziemlich energisch hält, ne, in den Autos. also, das ist halt dann so eine Art, das ist ja so dieser Nostalgie-Faktor. Ha, meinst du, irgendwann kommt dann die, äh, ohne ABS, kommt dann noch als extra Feature, kommt dann wieder. Ja, ich denk mal so, wann macht ohne ABS und ohne Traktionskontrolle Sinn zu fahren? Genau dann, wenn das Auto das gar nicht hat, ja, wenn du wirklich einen Oldtimer fährst, der das nicht hat, dann, dann gibt's die Diskussion aber auch nicht. Dann ist der Wagen halt schwerer zu fahren. Ja. Und wenn man das dann kann, dann ist das cool. Ja. Ähm, das ist dann, wie ich ja sagte, mit Vinyl auflegen. Im Übrigen fand ich's auch schon krass, dass derjenige mir das dann beim YouTube-Kommentar drunter schreibt, weil ich auf Vinyl gelernt hab, und ich ja schon so lange dabei bin, vielleicht hat er ja einfach gar nicht gerafft, wie alt ich bin, ähm, dass ich natürlich, ich hab aufgelegt, äh, da gab's sowas wie einen digitalen CD-Player einfach nicht. Und, äh, ja, also wenn ich nochmal an einem Vinyl-Setup wäre, dann würde ich halt, äh, manuell Beatmatching machen. Und wenn ich halt an einem modernen Sportwagen sitze, sozusagen, dann, äh, behandle ich das Ding auch wie einen modernen Sportwagen und nutze halt die Features, was die es hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema jetzt gekommen sind. Aber moderne Technik, da könnten wir noch ein Thema zum Schluss... Ach so, Transparenz, ne, da ist es mir drauf gekommen. Ach so, genau, Transparenz, ja, dass ich das einfach auch offenkundig zugehe oder sage. Ja, ich find das sehr gut, dass du dich zu dem Sync-Button bekennst, wenn du ihn nutzt. Ja, danke. Sehr gut, ich unterstütze das. Äh, wir haben moderne Technik, da könnten wir noch einmal, wir hätten jetzt ja noch 10 Minuten Zeit. Du hattest, äh, in der letzten Sendung was über, wir hatten ganz, ganz kurz das Thema VR, Virtual Reality, angestochen. Ja, wir sind ja letztes Mal sehr geschwommen durch die Themen, weil wir dann noch ein bisschen, äh, ohne Konzept waren. Und so ein bisschen hängen geblieben bin ich aber an Virtual Reality, weil du da schon Erfahrungen mit hattest und auch meintest so, das wäre für dich ein Game Changer, ne? Also, du hast da noch hohe Erwartungen dran. Und ich war da ehrlich gesagt nicht so der Meinung, weil ich so dachte, naja, ähm, das ist zwar bestimmt ganz cool und ich meine, vielleicht dachte ich so, äh, ich habe ja vielleicht schon mal einen 3D-Film im Kino gesehen und, ähm, hab dann aber auch gemerkt, naja, das nutzt sich schnell ab und ob ich einen Film in 2D oder 3D gucke, ist für mich gar nicht mal so entscheidend. Aber jetzt, äh, hatte ich mal Gelegenheit, auch richtig mal so eine HTC Vive zu testen, in einem Museum in dem NRW-Forum Düsseldorf gab es so eine Ausstellung, die hieß, äh, Unreal und dort haben Künstler virtuelle Welten, äh, designt und ausgestellt und da dachte ich, boah, da muss ich mal hinfahren, um mir da tatsächlich mal ein Bild zu machen und zu schauen, was, was der Sinan vielleicht so cool findet an diesen Brillen. Ganz kurz, äh, nur ganz kurz, damit wir das einmal, äh, Sinan mit scharfen S, aber ansonsten, ja, 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 da muss ich, da muss ich leider drauf bestehen, sonst, äh, Alter, und das, das, stimmt, im Vorgespräch, ähm, äh, sag ich ja nie, hallo, sagst du nie, hallo Sinan, wie geht's dir Sinan? Ja, 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 ich will dich gar nicht weiter unterbrechen, nur lassen wir das ganz kurz, sonst werden so manche Zuschauer auch sagen, hey, wieso sagt er das so, aber egal, wir gehen zurück zum Museum, jetzt bin ich ganz gespannt, wie jetzt dein, Ich kann das auch nicht haben, wenn Leute Cewa Softies sagen. Okay, also, genau, ähm, und, ähm, dass ich halt so eine Brille aufgesetzt bekommen habe, und dann bin ich da so ein kleines bisschen instruiert worden, ich durfte mich quasi so auf, ich sag jetzt mal, eineinhalb Quadratmetern, durfte ich mich so ein bisschen bewegen, und dann sah ich auch, in, in meiner virtuellen Welt, dass dann so ein Gitter vor mir erscheint und mir signalisiert, ähm, du trittst jetzt gleich aus deinem Bereich raus, also geh mal lieber wieder zurück, ähm, das war ziemlich lustig, und dann, äh, wurde mir noch so eine Remote Control in die Hand gegeben, und das fand ich, äh, schon mal ziemlich krass, ähm, dass, ähm, diejenige, die mir das erklärt hatte, die erst in der Hand hatte, und die bei mir in der virtuellen Welt dann schon so schwebte, und dann sollte ich, sollte ich die halt in die Hand nehmen, und hab dann, ohne meine eigene Hand zu sehen, danach ausgestreckt und hatte sofort die Fernbedienung genau so in der Hand, wie ich das auch aus dem echten Leben gewohnt bin, und nur halt, dass ich meine eigenen Hände nicht dabei gesehen hab, und das fand ich schon extrem verblüffend, dass das so geklappt hat, und fand es auch total geil, diese virtuelle Repräsentation von einem echten Gegenstand dann, äh, zu sehen und zu spüren, und damit, äh, kannst du dich dann halt bewegen, durch diese Welten, du darfst ja, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel laufen, du sollst eher so stehen und dich umdrehen und vielleicht mal einen Schritt zur Seite machen, aber wenn du jetzt wirklich durch die Welt laufen willst, dann, ähm, ja, dann ist das so ähnlich, wie aus, wenn man so, aus dem Ego-Shooter kennt man das, wenn man so eine Granate wirft, oder so, dann, ähm, kann man mit der Fernbedienung halt sagen, da und da möchte ich als nächstes hin, und dann drückt man auf den Knopf, und dann springt man da hin, und dann skippt man sich sozusagen durch diese Welt, das klappte eigentlich sehr gut, ähm, und, ähm, ja, was ich ganz erstaunlich fand, war, dass sich so richtig authentische Gefühle, ähm, tatsächlich, äh, äh, bei mir so ergeben haben, zum Beispiel, äh, wenn ich, äh, so einen Aufzug, so einen virtuellen Aufzug fahre, der offen ist, und ich dann einfach mal so einen Schritt über das Geländer hinaus mache, ähm, dann hatte ich echt so ein Schwindelgefühl, ne, dann, dann, das war richtig eine Hemmung, von dieser Plattform runterzugehen, obwohl ich wusste, ja, kann eigentlich überhaupt nichts passieren, äh, aber das war so das erste Mal, wo ich dachte, wow, okay, ähm, ich sehe zwar so ein bisschen so das Fliegengitter, also so ein bisschen pixellig war das, ne, und auch die Grafiken sind jetzt nicht vergleichbar mit einem echten, äh, 3D-Spiel, äh, weil das wahrscheinlich dann doch ein bisschen aufwendiger ist, so diese, diese ganze Welt, ähm, in diesem Virtual Reality Raum dann darzustellen, äh, also. Du benötigst, du benötigst einfach sehr, sehr viele Pixel, weil du ja eine größere Rundumsicht hast, also das ist noch aktuell so die Problematik, die brauchen unheimlich hochauflösende Displays und sehr, sehr viel Rechenleistung, weil du ja auf einmal, äh, 4K, 8K-Zeug gut rendern musst. Stimmt, ja. Ich meine, das ist nur eine Frage der Zeit, dass das weggeht, aber, also, für mich war vollkommen klar, das ist eigentlich nur der Bildschirm, aber, ähm, es hat sich tatsächlich so dargestellt, dass ich meinem Gehirn dann diese Gefühle dann schon, äh, äh, ja, hervorrufen konnte. Ein anderes Beispiel ist, ähm, man ist auf einem freien Feld und ich hatte richtig das Gefühl, ich stehe so in dieser Weite, ich bin gar nicht in diesem kleinen Museumsraum, sondern, ähm, ich kann so richtig zum Horizont gucken und hatte echt so das Gefühl, irgendwie draußen zu sein, also, so dieses Freiheitsgefühl zu haben und, ähm, dann konnte ich zu so einer Statue laufen und an dieser Statue hochgucken und hatte richtig das Gefühl, krass, was für ein imposantes, äh, Werk das da ist, also, so dieses staunende Gefühl, wenn man so am Fuß von so einer Sphinx, sag ich jetzt mal, oder sowas, ne, irgendwie so ein, oder wenn man so ein, in eine Kirche reingeht und sich die Decke anguckt, so ein, so ein Gefühl hatte ich dann auf einmal und dann stürzte diese Statue ein und so ein, so ein riesiger Brocken stürzte genau auf mich und es war auch im ersten Moment, echt, ich konnte mir genau vorstellen, genau dieses Gefühl hätte ich jetzt, wenn das in echt auch da wäre, vielleicht den Ab... Zuckst kurz und... Genau, also, ich hatte das da jetzt sicherlich in abgeschwächter Form, aber es war exakt dieses Gefühl, hat sich auch schnell abgenutzt, beim zweiten, dritten Mal war das dann, äh, schon irgendwie gelernt, dass es nicht echt ist, aber... Das nächste Mal, wenn du vor einer Statue stehst, die einstürzt, so geht es für dich nicht mehr. Genau, das habe ich ja auch gedacht, man könnte damit wahrscheinlich total gut Höhenangst therapieren, aber wahrscheinlich genauso gut könntest du irgendwelche Suizidgefährder da noch näher so an die Gefahr bringen, vielleicht, however... Aber es ist krass, oder? ich fand auch beeindruckend, ich bin dann auch so Achterbahn gefahren und so, natürlich fehlen die G-Kräfte, aber dadurch, dass das so an deinem Auge ist und vor allem, man dieses Head-Tracking hat, also das heißt, ich gucke nach links, ich gucke dann auch nach links, ne? Also dieses Umschauen, das macht einfach so viel mehr dieses Gefühl, dass du da irgendwie drin bist. Ja. Und was ich auch sehr spannend fand, diese virtuellen Welten, die diese Künstler da designt hatten, die waren alle ganz nett, ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht waren, aber was die mir vor allem gezeigt haben, war, wie viel Potenzial da eigentlich noch ist, weil ich eigentlich jetzt nur so eine Beobachterrolle hatte, als jemand, der da so durchläuft und ich habe mir die Sachen angeguckt, man könnte das natürlich total interaktiv gestalten und das war jetzt auch nur fürs Bild, Man könnte natürlich auch mit Sound noch viel immersivere Situationen da erzeugen und von mir aus sogar Museumsausstellungen eben so machen, dass jemand, der halt keine Ahnung hat von einem Künstler, dass der viel mehr erklärt bekommt oder dass der viel mehr nachgucken kann und von einer ganz anderen Perspektive durch sowas laufen kann, als jemand, der vielleicht schon einen gewissen Background hat und dann sich das mal anschaut und gerade so, wenn ich an Games denke oder so, glaube ich auch, dass da noch echt viel möglich ist und noch ein Potenzial, dachte ich, ist da, wo man vielleicht die eigenen Hände oder die eigenen Finger sogar noch nutzen kann, indem man vielleicht so einen Handschuh einfach anzieht, kann auch nicht so schwer sein, gibt es vielleicht auch schon, wo man dann echt mal Dinge, virtuelle Dinge tatsächlich mal anfassen kann oder mal virtuelle Buttons irgendwie drücken kann und sowas. Ja, hat mich schon beeindruckt. Also ich finde auch, das ist nach wie vor, das ist jetzt so der, für mich ist es auf jeden Fall so das nächste Ding. Also, ja bitte? Also gerade auch so für Künstler, dachte ich, weil im Moment, ich habe zwar selber noch nicht so mit so einer Game Engine gearbeitet wie Unity oder sowas, aber ich glaube, das ist im Moment überhaupt nicht so schwer, da mal sich künstlerisch auszutoben und vielleicht auch mal stattzufinden in so einem Museum, weil letztendlich, da waren jetzt fünf Künstler, das ist einfach nur eine Software, die da auf die Rechner gespielt wird, also es ist überhaupt kein Aufwand und ich glaube, wer jetzt ein junger Künstler ist und irgendwie denkt, er will vielleicht nicht nur Musik machen oder auch nicht nur Video, der könnte sich echt mal in sowas reinfuchsen. Also ich würde es machen, wenn ich jetzt sozusagen noch so mal am Anfang so stehen würde. Vielleicht wäre das ja so ein neues Ding, dass du Musik, neue Songs immer direkt mit irgendeinem geilen Level verkaufst. Also das dann so, du kaufst ja nicht nur den Songs, sondern du kaufst noch so eine virtuelle Welt, die dann eben einer dazu gemacht hat und du erlebst diesen Song in dieser Welt. Ja, ich sag mal, gerade so, wenn du dir mal diese, wie heißt es, F8 oder so, diese Facebook-Veranstaltung, da hat Facebook so ein bisschen die Zukunftsszenarien beschrieben, die die sich vorstellen können. Also es erzählte sich sehr dystopisch eigentlich, aber die haben halt auch die ganze Zeit von virtuellen Welten da geredet, dass du deinen eigenen 3D-Avatar hast und dich dann auch mit anderen treffen kannst in irgendwelchen virtuellen Räumen und so. Und das muss natürlich alles kreativ mit Kultur irgendwie gestaltet werden, weil kein Mensch hat Bock auf so einfarbige Wände oder mit so simplen Texturen, sondern genau da können jetzt echt Künstler einfach sagen, hey Facebook, ich habe hier einen geilen virtuellen Raum entworfen, wo der nächste Betriebsausflug vielleicht von irgendeiner Firma hingehen könnte und dann machen die alle so einen virtuellen Ausflug oder so. Keine Ahnung, ist jetzt ein blödes Beispiel. Ja, aber es eröffnet auf jeden Fall direkt ein neues Feld. Genau. Also das habe ich dann auch gedacht, dass da wahnsinnig viel Potenzial noch hinter steckt und ich auch denke, das ist eine ziemlich zwangsläufige Entwicklung, weil völlig klar ist, dass es an allen Facetten immer besser wird. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit der Digitalfotografie, die am Anfang noch ein bisschen belächelt wurde, aber wo völlig klar war, dass die letztendlich das Ding wird. Ja. Ja. Jo. Wir haben eine Stunde voll. Ja, wir haben eine Stunde voll und wie gesagt, zum einen würde mich interessieren, was die User so an Radio hören. Ich glaube, das können wir nochmal festhalten und vielleicht, keine Ahnung, hat der ein oder andere auch nochmal ein bisschen Erfahrungen mit Virtual Reality gesammelt und kann mal so ein bisschen seine Erfahrungen mit uns teilen. Und ansonsten einfach immer wie immer Feedback in die Kommentare. Ich lese mir das tatsächlich alles durch. Bei uns geht es ja noch. Man kriegt das noch hin. Ja, wir schultern das ja auch gemeinsam. Ja. Du liest dein Kram, ich lese meinen. Genau. Also wir sind nach wie vor offen für Anregungen. Das soll hier keine Einbahnstraße sein, sondern ihr sollt hier, das ist euer Podcast, das soll euer Ding sein und ja, wenn ihr Geld an uns schmeißen wollt, müsst ihr das gerade noch auf dem Postweg in bar am besten machen. Wir werden da was vorbereiten. Da fehlen uns die Kanäle bisher noch. Alles klar. Sinan, es hat mir mal wieder gefallen und mal schauen, wie die Frequenz sich dann hier weiter darstellt von unserem gemeinsamen Podcast. Alles klar. Dann sage ich mal auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören an die Zuschauer und auf Wiedersehen an dich. Jo, ciao. 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 Ciao.